Eine Flaschenpost im stürmischen Meer. Es ist 30 Jahre her, dass Bruno Bruni zuletzt Landschaften gemalt hat. Abwechslung, das suchte italienische Künstler bis heute. Seinem Stil dagegen ist er in all den Jahren treu geblieben. Bei mir kann man fast alles lesen, was ich male. Es gibt keine Rätsel. Ich kann nicht jetzt ein abstraktes Bild malen, weil es gibt so viele Bewegungen. Die letzten 50, 60 Jahre sind in so vieler Richtung. Wenn ich es alle mitgemacht hätte, wäre ich schon lange verschwunden. Zeichnungen und Lithographien. Dafür ist Bruno Bruni international bekannt und wurde mehrfach ausgezeichnet. Egal ob Bilder oder Skulpturen, eines seiner Lieblingsmotive sind Frauen. Zuerst, weil es ist ein Thema, wo man am meisten variieren kann. Und zweitens, ich bin alt, aber ich glaube, ich habe noch nie eine Frau verstanden. Ich versuche immer weiter. Bruno Bruni lebt inmitten seiner Kunst in einem umgebauten Schwimmbad. Das mehr als 100 Jahre alte Gebäude ist Wohnung, Atelier und Galerie in einem. Rechts oben auf der Empore schläft Bruno Bruni, links malt er. Es gibt sogar eine kleine Sammlung mit Werken berühmter Künstler der Moderne, wie Georges Gross oder Salvador Dalí. Knapp zehn Jahre hat Bruno Bruni sein 500 Quadratmeter großes Domizil umgebaut und restauriert. Überall erinnern Details daran, was früher hier war. Der Schwimmbad ist alles komplett da. Natürlich kein Wasser. Das war für die Seife, für die Leute, die da hinten duschen wollten. Es sind viele Dinge als Kuriosum da geblieben. Seit 50 Jahren ist Hamburg Bruno Brunis Lebensmittelpunkt. Hier hat er studiert und hier begann seine Karriere. Ich komme natürlich wegen einem Mädchen. Ich war in England und habe ich eine Hamburgerin kennengelernt und bin ich nach Hamburg gekommen. Hier habe ich mich realisiert. Hier habe ich eine Möglichkeit gehabt, zu machen zu können, was ich wollte. Anfang der 70er Jahre kommt der Erfolg. Bruno Brunis Lithographien und Plastiken sind gefragt. Einige verkaufte er in hohen Auflagen. Seine Kritiker werfen ihm diese Art der Vermarktung vor, finden seine Arbeiten zu gefällig. Bruno Bruni dagegen ist das Editäre der Kunstwelt suspekt. Wenn die Sache Vervielfältige macht, sind auch günstig. Wenn ich jetzt ein Ölbild, das einmalig gemalt ist, die müssen die Leute Geld ausgeben. Und sowieso, Kunst muss für alle sein. Nicht für diese privilegierten Protzen, die nur Geld haben und die glauben, besser zu sein. Heute verkauft Bruno Bruni seine Werke über die Galerie seiner Frau in Hannover. Nach Einschätzung von Experten gehört er zu den am besten verdienenden Künstlern in Deutschland. Neben der Kunst liebt er auch das Boxen. Für seinen Freund Darius Michalschewski, den ehemaligen Boxweltmeister, hat Bruno Bruni vor jedem Kampf gekocht. Denn auch das tut der Italiener leidenschaftlich gern. Meistens gibt es natürlich Spaghetti. Das ist eine Begabung, so wie es malen. Kochen ist nicht einfach. Kochen muss man lieben. Gekocht hat Bruno Bruni auch schon für den früheren Bundeskanzler Gerhard Schröder, seinen Freund und Trauzeugen. In seinem Buch Gaumenfreuden und Kunstgenuss verrät er neben Lieblingsrezepten auch Geschichten aus seinem Leben. Da bin ich geboren. Mein Vater war Schrankenwärter. Da habe ich gelebt. In Gradara, in der Nähe von Rimini an der italienischen Adria-Küste, hat er als kleiner Junge mit dem Malen angefangen. Ich bin froh, wenn ich malen kann, weil ich lerne. Tatsächlich, ich werde, ich lerne noch beim Malen, was die alten Meister gemalt haben. Und ich brauche noch 200, 300 Jahre vermutlich, zu erreichen, was die gemacht haben. Die Kunst ist sein Leben. Und so wird Bruno Bruni auch mit 75 Jahren den Pinsel nicht aus der Hand legen. der Fall ist kein Leben. 나� Native Menschen zum Wormen Langsaisch. Das ist es Untertitelung des ZDF, 2020